na dann schauen wir mal ich habe gerade mal meinen chat aufgemacht der tobias knauf hat geschrieben ja hallo tobias willkommen bei zast bei der zockeranstalt servus so habe ich eingeladen job 0 von 16 so ich hoffe dass es soweit funktioniert nachdem ich habe das ist ja das bin ich tatsächlich das ist mein job da muss ich ein bisschen was erklären es geht leider das problem dass es in diesem job nur drei die muss drei punkte setzen glaube ich meines wissens du musst du kannst zwei punkte setzen die habe ich auch gesetzt aber die sportpunkte musstest du halt bei den teams anders jetzt auch bei drei spieler nur für den fall dass hier unten landet müsst ihr wieder mit einem schrauber vom parkplatz hochfliegen und da versuchen hoffen hoffentlich klappt es hat sich ausprobiert über die kasi über die container hochkletter an einer seite ich weiß ich probiere was einfach aus wie gesagt ich weiß nicht ob es funktioniert werden sehen ich hoffe dass es funktioniert ich habe denn natürlich ein bisschen gerne weil ich auf den ersten gott der nicht hochkommen habe da noch mal eine kiste aber wie gesagt ansonsten steht auf dem parkplatz mit dem parker schrauber bereit du musst es halt leider ein zu viele 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 sparen punkte setzen konnte was immer 60 sparen punkte setzen und nur ein einige muss sich unten verteilen ansonsten sind die meister wieder oben oder gegenüber auf der pferde rennen waren auf dem dach aber da habe ich eine brücke drüber gebaut besteht tatsächlich schon wo noch das war ich bin auch unten gut wie gesagt ich hoffe dass es funktioniert an der seite sind kann also ein container ich hoffe dass man darüber kommt ich habe es nicht ausprobiert die punkte sind oben auf dem dach ich habe jetzt keine treppe von außen gefunden habe ich jetzt einmal der zug kommt so ich habe es auch einfach komplett übersehen baby und ich habe uns wieder lieb ich habe schon mitbekommen während ihr euch da jetzt schon gekriegt ich habe die leser das schlafzimmer auch aus was ich hoffe ich hoffe dass es funktioniert ich meine ich habe jetzt darauf geachtet aber ich hoffe es hat ein problem weil ich glaube du kommst du dich aufs casino hoch das auf der seite okay so ist weil sonst nicht runter gehen kann hör auf damit ich bin hier gerade hoch die mich auf sagt da unten die monate du schrauber ok ja es klappt okay also du kommst über die über die links hoch über die über die container was zum aufbauen was hast du getan ich wollte schnell raus springen aber hat nicht mehr ganz gereicht in den fallschirm zu öffnen niemand gibt geht in meinem pool schwimmen hier okay da bin ich so ruhig dass es funktioniert es dauert halt nur länger weil es halt so ein bisschen was ich ganz einfach ist aber ansonsten sollte es durchaus funktionieren und aufs dach kommt es ja auch glaube ich bin ich richtig dritten punkt oder kurz da hoch kommt da kommst du nicht muss hinten was da war die große leiter die 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 das ist Ja, ich habe oben an dem Punkt auch noch ein paar Stellen gesetzt, wo du zumindest dich ein bisschen verschanzen kannst. Oder wo du quasi mittlerweile gar nicht wegschießen kannst. Äh, wegschießen muss. So. Jetzt sind alle drei Hubschrauber oben auf dem Dach und keiner mehr unten. Ja, ich hatte vielleicht einen Hubschrauber, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich es mir einstellen kann. Äh, scheiße. Ich hoffe, dass du ein paar Hubschrauber setzen kannst. Ich heiße euch mal unten, das ist das Problem. Ich weiß nur nicht, ob der tatsächlich re-spawned hier unten. Nee, tatsächlich nicht. Fuck it. Dafür müssten die auch erstmal zerstört werden, dass der re-spawn. Ja, aber ich habe leider nur feste Waffen drin. Okay, ich müsste den nochmal überarbeiten. Nee, äh, wäre das vielleicht genau, wenn einer von euch mal... Nee, Moment, du kommst ja eh hoch. Du musst ja über die Container nur hoch. Theoretisch, also es dauert halt länger, aber... Ihr seid, das Problem. Also, gehen wir uns auf jeden Fall. Nein, hier gibt es keine Autos. Hör auf damit. Ich komme jetzt gerade... Hör auf. Ja, klar. Ich bin nach Hitler eigentlich gegangen. Das war so, um mich reinzustellen. Und der sagt, nö, ich habe keine Lust, ich gehe wieder runter. Kämpfe so sehr, mich neben mir kämpfen, dass er sich dort lust umdreht. Ja, ja, vergiss es euch. Eigentlich war es anders geplant. Warum auch immer. Weil ich eigentlich wollte, weil ich mich so ein bisschen verstecken, dass ich dich vielleicht davon nur von der Position holen kann. Ich will natürlich jetzt keine Punkte dafür. Annau. Tobias, ich weiß nicht, was du mir mit Versus zu sagen willst. Zwei gegen zwei wahrscheinlich. Es ist kein Teamding. Es ist ein Einzelkampf. Es ist ein Einzelkampf. Jetzt wäre es bewusst, wenn man zu dritt sind, dass wir keine Teamspiele machen können. Oh, Yvonne, Mensch, streamen wir noch, da kannst du doch nicht, dass ich Einblicke geben hier beim Unfall. Also wirklich, wer hat sich da doch mal, hat sich da keine Höchstin an? Irgendwie sowas, ja. Die fällt hin und macht gleich beide breit. Unglaublich. Du wirst es ja. Ich meine, ich kenne ja die Begeisterung für mich bei ihr, aber das ist ja so ein bisschen der Weg. Oder Yvonne? Weil eigentlich gibt es auch Spawnpunkte, die hier oben gesetzt sind. Es gibt also nicht nur, dass man dann unten Spawn, sondern auch oben. Aber ich kenne das aber auch von selber erstellten, dass du meistens dann das Glück hast, dass genau die Spawnpunkte immer erwischt, die du nicht haben wolltest. Eigentlich sind die auch sogar... Verdammt. Verdammt. Jetzt habe ich zum Beispiel leider, wenn ich da oben ist. Was macht eigentlich ein Hotdog-Wagen mitten auf dem Ohrbach hier? Äh, eigentlich nur als ihr Aufgaben benutzt. Ich hatte jetzt nicht immer das auf der Stelle gefunden. Ich lasse mich in Ruhe. Ach. Du gehst jetzt erst mal eine Runde baden, ne? Verdammt, da steht da auch so lange gegangen. Ja, das scheiße, das gewinne ich nicht. Sicher. Weil ich werde das Problem in der Runde wirklich Spawns, dass du dann erstmal hoch musst. Aber es ist halt leider nicht anders setzbar. Ich hatte die Geräte, die Punkte alle umgesetzt. Und ich habe es so umgesetzt und dann sagte mir, nötig sind noch zu wenig. Und du kannst halt keine... Keine Dings-Punkte unten setzen. Keine... Aber wie gesagt, ich kenne das selber. Ich hatte ja auch mal was von uns zu erstellen. Ein Deathmatch, da musste ich dann auch ein Teil des Deathmatches auf dem Parkplatz erstellen. Ein Teil oben, nehme mal drauf, dass immer genug Leute irgendwo sind. Also der Überlebenskraft, den habe ich auch ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du den mit drin hast. Der sollte eigentlich funktionieren. Der sollte funktionieren, den habe ich wie gesagt, den habe ich ausprobiert. Der ist... Der klappt. Es sind auch nur 10 Wellen, nur so nebenbei. Also du kannst tatsächlich... Wir haben ja einmal den Überlebenskraft gemacht. Die Folge, wo der eine Stunde ging, der war... Es wäre nochmal 10 Wellen gewesen, also 20 ist das Maximum. Ich habe keine Munition, keine Einsatzwaffen. Ja, ich muss den nochmal überarbeiten. Ich müsste nochmal ran. Das sage ich bei Yvonne auch morgen. Ah, da bist du gerade oben und kommt hier um die Ecke. Jetzt ist vorbei. Zwölf Sekunden kommst du nicht hoch. War doch bei Yvonne schon. Naja, das sind... Nein, nein, bei dir bleibt er da nur zwölf Sekunden hoch. Den brauche ich nicht. Dann geht er wieder ab. Schade, dritter. Ja, gut. Okay. Das war mein eigener Ding. So, lieber der halt die ganze Zeit unten spawnt. Da kommst du, das dauert als ewig, dass du oben bist. Aber es ist halt leider das Problem, dass du halt... Das nicht anders machen kannst. Sieben hat sich Blute. Vielen Dank.